Herzlich willkommen zur nächsten Emolution-Podcast-Folge. Heute habe ich einen neuen und vor allen Dingen auch in der Zukunft sich permanent wiederholenden Gast. Das ist die liebe Laura Düsselm. Und ja, hier muss man natürlich noch eine Sache sagen. Die liebe Laura ist zuallererst einmal eine erfolgreiche Unternehmerin, nicht hier in Deutschland, sondern außerhalb von Deutschland, in den skandinavischen Ländern. Du hast mehrere Firmen, viele Firmen, kannst du gleich mal sagen, wie viele, begleitet in unterschiedlichsten Financial Services und ganz unterschiedlichen Themen, also unternehmerisch begleitet. Du hast auch selber, wie gesagt, mehrere hundert Mitarbeiter auch geführt und du weißt, wovon du redest. Und die beste Nachricht ist hier draußen, sie ist meine zukünftige und ab jetzt im Unternehmen CEO. Herzlich willkommen, liebe Laura. Ich danke dir. Erzähl mal kurz was von dir. Ja, also ich komme aus, ich bin ursprünglich deutsch, also ich komme aus München, habe jetzt seit 2002 in den skandinavischen Ländern gelebt. Also erst in Dänemark, dann in Schweden, jetzt wieder zurück nach Dänemark. Ich habe dort jetzt in den letzten Jahren eigentlich ein paar hundert Unternehmen begleitet, noch erfolgreicher zu werden, gerade auf dem Thema Finanzen. Ich habe das zusammen mit meinem Mann gemacht, habe da sehr viel Erfahrung jetzt wirklich Unternehmen zu helfen, in die Umsetzung zu kommen und wirklich vorwärts zu machen, in die Richtung, ihre Ziele umzusetzen. Und da glaube ich, bin ich hier auch an der richtigen Stelle und freue mich sehr, jetzt hier zu sein. Genau. Und dein Mann, den haben wir ja glücklicherweise auch direkt mit eingecatcht. Das heißt also, der wird auch in der Zukunft hier in unserem Unternehmen sein. Und du hast auch in unserem Vorgespräch, du hast auch ein sehr spannendes Thema mitgebracht. Erzähl doch mal, was ist dein Thema? Das Thema, das ich heute ansprechen möchte, ist das Thema von Umsetzung, positiv ausgedrückt Umsetzung, negativ ausgedrückt warten. Weil das ist eine der Hauptschwellen, die ich wirklich erlebt habe, weil ich würde sagen 99 Prozent aller Firmen, die ich betreut habe, ist diese große Frage, wo fange ich an? Wo geht es los? Was ist das Erste, was ist das Erste, was ich tun muss? Und dieses Warten, dass etwas passiert. Entweder warten auf irgendeine zauberhafte Lösung, die irgendjemand serviert. Oder ja, okay, darauf warten, dass dich jemand an die Hand nimmt und dir sagt, wo es hingeht und dich betreut und jedes Schrittchen mit dir geht. Aber diese Angst davor, den ersten Schritt zu machen. Und da ist wirklich die Antwort eigentlich leicht, aber die Umsetzung ist, was dann den Unterschied macht zwischen jemandem, der es schafft und jemandem, der davon träumt. Und es ist wirklich, wenn man sich mal selbst vorstellt oder sich selbst die Liste macht von Dingen, die man eigentlich theoretisch schon weiß und auch kann, die man eigentlich sofort umsetzen könnte, das aber nicht tut, dann hast du schon deine Antwort. Ja, absolut. Also du musst jetzt nicht darauf warten, bis, ich weiß nicht, was passiert. Selbstverständlich ist da kein Ende gesetzt, wie weit, wie sehr man sich weiterbilden kann, wie viel mehr man lernen kann. Und das Ganze ist ein sehr lebendiges Thema. Aber wenn du dir jetzt jemanden vorstellst, der bei dir im Coaching ist und wir den einfach mal als allererstes befragen, okay, wo möchtest du hin, was ist dein Ziel und wie können wir dir helfen, den ersten Schritt zu tun, dann hat die Person schon eine Antwort. Und darum geht es wirklich, da jetzt zu helfen, diesen allerersten Schritt zu tun. Weil wenn man erstmal in Bewegung ist, ganz einfach Newtons Gesetze, wenn man sich mal bewegt, dann bewegt man sich leichter weiter als von der berühmte Trägheit der Masse, bis man erstmal ins Rollen kommt oder in Bewegung kommt. Das ist natürlich das Allerschwerste. Das trägt mal ein Stichwort, weil das ist tatsächlich ja auch bei den Maklern ein riesengroßes Thema. Denn da möchte jemand Makler werden. Und was ist der erste Schritt? Das heißt, viele denken dann, ich brauche erstmal eine Webseite, ich brauche erstmal Visitenkarten. Man hat eigentlich noch keinen einzigen Cent, also überhaupt noch gar keine Production gemacht. Und man ist schon dabei, jetzt Unmengen an Geld auszugeben, weil man eben glaubt, ohne das geht es nicht. Stimmt. Man kann noch weiter davor ansetzen, ist, melde ich ein Gewerbe an, ja oder nein? Welche Ausbildung brauche ich? Was muss ich denn tun, um überhaupt irgendwie den Leuten was vorsingen zu können, im wahrsten Sinne des Wortes? Und dann kommt ja gleichzeitig auch wieder das Problem, das nicht gut genug zu sein oder zu glauben, nicht gut genug zu sein. Jetzt kommen so diese ganzen Mindset-Blockaden und fallen auch noch mit ins Spiel. Im Prinzip gar keine Informationen zu haben darüber, wie geht es überhaupt richtig? Und dann fängt man an, sich irgendwelche wilden Konzepte zu erstellen, was man denn alles tun muss, um in irgendeiner Weise sich selber zu beruhigen und dann zu sagen, wenn ich das jetzt getan habe, dann kann ich endlich starten. Stimmt, genau. Und viele dieser Dinge, diese Sachen wie, ich brauche jetzt eine Website, ich brauche jetzt eine Visitenkarte, ich brauche, ich brauche, kommen nur daher, dass es leichter ist, sich an eine Visitenkarte hinzusetzen und die zu designen, wie jetzt einmal sich zu überlegen, den Mindset zu verändern. Der Mindset kommt vor allem. Aber manchmal ist es wirklich ins Tun zu kommen bezüglich dem Mindset für die Person schwieriger, wie jetzt zu sagen, okay, ich gebe jetzt mein Geld aus und lasse mir eine Webseite machen. Aber keine Webseite dieser Welt wird dir den Mindset ersetzen. Genau. Also ich gehe ja sogar noch einen Schritt davor. Ich sage, das Mindset wird ja maßgeblich auch beeinflusst durch die Fähigkeit, die ich habe. Also Menschen, die Fähigkeiten haben, haben auch in der Regel ein gutes Mindset. Stimmt. Ja, aber nicht dieses, ich sage mal, Mindset auf Steroiden. So, ja, also ich pumpe mich irgendwie auf, aber ich habe nicht die Fähigkeit, es zu tun, zum Beispiel. Also den Hörer in die Hand zu nehmen oder einfach mit einem Verkäufer zu sprechen. Wenn ich sehe, da steht ein Haus leer, zum Beispiel, und dann klingel ich mal da. Oder werfe mal einen Zettel ein und sage, ich habe ein paar Fragen zu Ihrem Haus, was ja leer zu stehen scheint. Und ich bin interessiert. Ich würde gerne mal ein paar Informationen dazu haben. Nein, da muss es ja schon direkt das erstklassige Megaprospekt sein, was ja schon den Menschen verunsichern würde. Einfach nur ein Blatt Papier nehmen und mit der Hand draufzuschreiben, rufen Sie mich mit an, ich habe Interesse an Ihrem Haus. Genau. Zum Beispiel, so was ist damit los im Endeffekt. Also die Fähigkeit, etwas zu tun. Das sehe ich genauso. Also wirklich die Fähigkeit, sich eine Sache vorzunehmen und dann eine Sache wirklich zu tun. Nicht nur sich zu durchdenken, sondern sich wirklich ein Ziel zu setzen oder eine Tätigkeit oder eine Aktion, eine Handlung, einmal einen Anruf, was auch immer das ist, einen Zettel zu schreiben und dann ins Tun zu kommen. Genau. Weil dann gehst du von der Position vom Warten, du sitzt da und du wartest. Etwas muss zu dir kommen, was nie kommen wird. Und du drehst das Ganze um und du tust etwas. Und dann hast du ja die Entscheidung getroffen. Und dann ist es auch leichter, dass es kein Zurück mehr gibt. Jetzt denken ja die Makler häufig, dass in ihrem Bereich es ja anders als bei allen anderen. Das denkt ja jeder. Genau, das denkt jeder. Was würdest du denn sagen so von den Unternehmen oder Unternehmerinnen und Unternehmern, mit denen du gesprochen hast, was sind denn Sachen, die sich aus deiner Sicht immer wiederholen? Also das Beispiel mit der Webseite ist schon mal gut. Eine Sache, die sich immer wiederholt, ist Dinge auf den Markt zu schieben. Egal in welchem Land es ist, ob das jetzt positiv oder negativ ist, ist es halt etwas, selbstverständlich gibt es einen Markt. Und selbstverständlich geht er manchmal nach oben und manchmal nach unten. Aber es ist auch nicht das erste Mal, dass unsere Gesellschaft einen Markt nach oben oder nach unten gesehen hat. Es gibt Dinge, die man tun kann, wie zum Beispiel werben, gutes Marketing haben, wissen, wie es geht. Das ist eine Sache. So ein Riesentipp oder eine Sache, die ich wirklich konstant in vielen Ländern erlebt habe, ist die Idee von, oh, es wird eng, wir hören auf zu werben. Und das ist genau falsch. So die Idee von wegen, es wird jetzt eng, wir fangen jetzt erst mal an zu werben, diesen Gedanken, wirklich etwas Ursächliches zu tun, Dinge zu finden, die man tun kann. Nicht zu warten, nicht auf den Markt zu warten, sondern gut, ich werbe jetzt, ich greife raus, ich setze mir etwas Ursächliches vor Augen und mache das. Aber jetzt kommen ja viele und sagen, ja, aber wenn ich doch so eine gute Dienstleistung habe und einfach gut bin, dann brauche ich doch gar keine Werbung. Ja, das ist leider falsch. Ich kann das gerne erläutern. Aber warum denken die Leute das? Weil es schön wäre, wenn es so wäre. Aber da sind wir wieder im Unterschied zwischen Tun und Denken. Also Leute, die es schaffen, sind Leute, die tun. So, es gibt viele Menschen, von denen du und ich noch nie gehört haben, weil die nie so weit kamen, dass man von ihnen hören würde, die bestimmt in ihrem eigenen Verstand sehr recht hatten. Die haben bei uns nie gesagt, dass es sie gibt. So, es geht. Genau. Es ist eigentlich total egal, weil es ist ja der ganze Punkt von Werbung, dass du gute Dinge, die du getan hast, bekannt machst. Wenn du es nicht bekannt machst. Es hat nichts mit Arroganz zu tun. Es ist wirklich, okay, wir sind gut, wir können das, ich bin kompetent und ich möchte, dass Leute das wissen, weil ich kann kompetent diese Dienstleistung bieten. Im Übrigen ja auch ganz witzig, denn eine Empfehlung basiert ja übrigens auch auf nichts anderem. Ja. Denn in dem Moment, wo man empfohlen wird, ist ja dem Empfehlenden bekannt, was der Makler kann und tut. Was der kann. Also es wird ihm bekannt, es ist für ihn nachvollziehbar und sagt, boah, der macht das echt cool und deshalb empfehle ich ihn jetzt weiter. Genau, du wirst nie den Makler empfehlen, der dir dein Haus verkauft hat. Ja, erstens mal nie oder eben schlecht. Ja. Genau. Und mal abgesehen davon ist es ja auch eine gute Sache, wenn jeder, der jemanden hat, der gut ist, dass er den auch gerne weiterempfiehlt. Ob das ein schickes Hotel ist oder der Zahnarzt, der endlich mal, was weiß ich, Zähne machen kann ohne Zahnschmerzen oder wie auch immer, er macht es zumindest so angenehm wie möglich. Und dann erzählt man auch gern darüber, der Steuerberater, der gute Mitarbeiter oder das gute Restaurant, so was einfach cool ist und wo man einen tollen Abend verbracht hat. Sondern dann laufen alle Leute auf einmal los und erzählen das. Okay, also bei Werbung ist das ein Thema, wo viele denken, ey, und das ist wirklich so. Und wir sehen es ja auch bei uns ganz klar. Wir sehen es ganz klar, dass da ist das Nadelöhr, wo Leute, die haben es nicht auf dem Schirm. Jetzt gibt es aber ja die Situation, bleiben wir mal kurz auf diesem Thema drauf, dass ich dann mir jemanden hole, der das für mich richten soll. Wie eine Agentur zum Beispiel oder ein Dienstleister. Agentur, Dienstleister ist ja letztendlich dasselbe. Was ist denn daran falsch? Daran ist nicht unbedingt etwas falsch, aber das ist halt nur ein Teil des Ganzen. Diese Agentur wird niemals deine Leidenschaft dafür haben, deine Träume zu verwirklichen und dein Wissen über dein Produkt. Weil die wollen ihre Träume verwirklichen. Die haben ihre eigenen Träume und da ist natürlich eine bestimmte Schnittmenge, die dann ganz praktisch ist, aber keine Agentur der Welt versteht die Nuancen, die du kennst bezüglich deines eigenen Unternehmens. Genau. So, da ist ein Punkt, wo das, es ist entweder Faulheit oder Schlauheit. Also du musst kein Marketingkönig sein und dich auf sämtlichen Softwares auskennen ins Detail, wenn du da eine Agentur hast. Aber du musst wissen, was ist das, was möchtest du kommunizieren? Wie möchtest du dich darstellen? Wo möchtest du hin? Und je besser du das benennen kannst, desto leichter fällt es dann einer Agentur, dir da unter die Arme zu greifen. Aber es ist kein Abschieben an einer Agentur, sondern du verwendest ursächlich die Agentur dabei, dir mit deinen Zielen zu helfen. Ja, absolut. Also Marketing haben wir, Check. Sag mal noch einen Bereich. Finanzen? Ja, 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 ja. Ja, wir gehen mal da rauf. So, Finanzen. Erstes, vollkommen falsche Idee. Ich bin ein Startup, selbstverständlich werde ich erstmal rote Zahlen schreiben. Es gibt keinen Grund der Welt, nicht von Anfang an zu verdienen und das richtig zu machen. Und zwar macht man das richtig. Bei einer kleinen Firma ist es sogar noch wichtiger, das wirklich von Anfang an richtig zu machen. Weil das die Formel ist, die dich schnell groß macht. Wenn du Dinge richtig tust, wenn du in der Lage bist, mit Dingen, die dir auf deinem Schreibtisch landen, richtig umzugehen, dann wirst du so dein Unternehmen haben. Dann wirst du ein richtiges Unternehmen haben. Wenn du Sachen unter den Tisch kehrst oder ich bestelle jetzt mal was, habe das Geld aber nicht und und und, dann wird sich das nur vergrößern. Dann wirst du 20 Mitarbeiter haben, die also auch mal Sachen bestellen und eigentlich das Geld dafür nicht haben. Und wenn du das vorlebst, dir selbst und anderen Dinge richtig zu tun, nämlich du benennst dein Produkt, du bekommst Geld für deine erste Dienstleistung. Mit diesem Geld wirtschaftest du. Dann guckst du, okay, was mache ich jetzt, wo stecke ich dieses, was mache ich jetzt mit dem Geld, das ich mir verdient habe, wie verwende ich das, um mehr Geld zu machen? Das ist eigentlich die einzige Entscheidung, die du dir stellst. Ja, das ist halt das Ding, die Leute sind halt häufig motiviert, Geld zu verdienen. Interessanterweise, meine Beobachtung, interessanterweise nehmen sie dieses Geld und stecken sie dann in irgendwelche anderen privaten Zwecke rein. Ob es dann die Belohnung ist für den ganzen Stress, den ganz großen Stress, den man dann gehabt hat. Oder aber, um dann direkt Immobilien zu kaufen, also ich sage mal zu investieren, was ja vom Grunde genommen nichts Falsches ist. Aber man entzieht der Firma, der Firma, dessen Idee man versucht zu verwirklichen. Und da haben auch viele eine falsche Idee bei. Also die Firma dient den privaten Zwecken und das ist ja nicht ganz korrekt, oder? Das ist absolut nicht korrekt. Genau. Also die Firma ist wie eine lebende Einheit. Die Firma hat Eigenleben. Wenn du das Ziel klar vor Augen hast, hast du eine gewisse Energie, die das Ganze antreibt. Und diese Energie ist Geld. Genau. Und wenn du jetzt Geld verdienst, und dann kommen wir zum Thema Finanzen, dann musst du das so planen, dass du damit so haushaltest oder das so investierst innerhalb deiner Firma, dass du schlaue Investments machst. Innerhalb der Firma. Innerhalb der Firma. Und nicht die Kohle aus der Firma rausziehen und dann privat schlau investieren. Ja, du musst jetzt nicht, genau. Das sind einfach zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Genau. Wenn du ein gutes System hast, mit dem du deine Finanzen in der Hand hast, dann hast du, wenn Geld reinkommt, einen gewissen Teil des Geldes, der weggeht dafür, dass du das dir persönlich nehmen kannst und dann privat mit deinen Finanzen so umgehst, wie du das tun solltest. Was dem ähnelt, wie du es in der Firma machst. Aber das sind zwei Paar Schuhe. So, dann hast du die Firma, dann hast du das Geld, das reinkam und du solltest wirklich einem System folgen, das dir dabei hilft, weiterzukommen. Nämlich du musst davor wissen, bevor du es überhaupt ausgibst, was brauche ich? Wo muss ich hin? Wohin muss ich investieren, um weiterzukommen? Ja, weil das ja genau der Punkt ist, woran auch eben erfolgreiche Firmen wirklich gewachsen sind, weil sie dort richtige Dinge getan haben. Schlau investiert, also work hard, play smart, gerade auch im Rahmen von Finanzen, dass man eben das Geld wirklich als Energie sieht. Genau. Also wirklich, ob Marketing, also ob wirklich zu werben innerhalb der Firma, ob ein cooles Büro, dass man nach außen hin auch eine gewisse Wirkung erzeugt und sagt, hey, die sitzen jetzt nicht irgendwo im Wohnzimmer zu Hause oder in der Küche. Unterlagen und, 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 Mitarbeiter, wichtigstes Thema überhaupt, Personal, während wir mit Sicherheit noch in einem einen oder anderen Podcast überreden. Okay, also Umgang mit Geld, das Thema wirklich starten, produzieren, nicht warten, nicht zurückhalten. Wo hast du denn noch dieses Warten beobachtet? Dieses nicht wirklich agieren, in welchen anderen Bereichen? Im Bereich von, also wenn wir jetzt wirklich auf die Produktion selbst kommen. Du wüsstest, traue ich mich jetzt etwas Großes zu tun? Traue ich mich jetzt wirklich das anzugehen, was ich, was ich mir erträume? Oder mache ich jetzt weiter und verkaufe lieber eine Garage als das Haus? Ja. So diesen Punkt von, wenn ich jetzt A sage, muss ich B sagen und sich selbst in die Position zu setzen, wo es keinen zurückgibt. Was eine sehr gesunde Position ist, weil da macht man es nämlich. Aber diesen Schritt jetzt wirklich auf der Produktion selbst zu sagen, da wollen wir hin, das laut auszusprechen, vor anderen sich so zu committen, dass es keinen zurückgibt. Und da sind wir natürlich, da hilft es, wenn du jemandem sagst, er muss sich jetzt in die Situation bringen, wo er nicht mehr zurück kann. Was würdest du sagen, ist noch so ein General, so ein ganz generell grundlegender Monsterfehler? Also du würdest du sagen, das ist eigentlich so das Ding, was krass ist? Leute, die versuchen schnell reich zu werden. Schnell den großen Big Deal zu finden. Den einen großen Auftrag, anstatt konstant zu expandieren. Versuchen über Nacht ganz schnell irgendwie was aufzuziehen. Das funktioniert einfach nicht. So es funktioniert sehr wohl, sehr schnell zu expandieren, indem man Dinge richtig macht, die dann aber nicht auf einen zurückfallen oder es ist kein Kartenhaus, das einfach zusammen klappt, sondern es muss erarbeitet werden. Und wenn man es richtig tut und Schritt für Schritt die richtigen Dinge tut, sage ich nicht, dass es lang dauern muss. Aber diese Mentalität von, ich suche jetzt über Nacht den einen Deal, den einen Investor, das eine Haus, die eine Sache, die ich tun kann und dann bin ich aus dem Schneider. Diese Mentalität, das ist so eine Gambling. Das ist wie, ich gehe jetzt ins Spielcasino und versuche jetzt einmal den Jackpot zu knacken. Auf Zahl, auf Zahl, also die eine Zahl und dann habe ich das x-Sache rausgeholt. Ja, finde ich auf jeden Fall einen sehr, sehr spannenden Punkt, beobachte ich gerade auch in der Maklerszene, wenn Leute auch neu starten, auch jüngere Leute, ja, das ist ja natürlich immer dieses Direkt-Luxus-Immobilien. Und ich bin, ich habe noch gar nichts, aber ich will nur coole Häuser verkaufen. Das ist natürlich auch Märchen am Ende des Tages. Klar. Deshalb also erstmal seine Sporen verdienen, könnte man auch sagen. Was nicht unbedingt lange jetzt brauchen muss. Nein, überhaupt nicht. Ich sehe eine Sache, die mir immer wieder auffällt, ist das Thema Organisation. Also dieses wirklich, kann ich überhaupt organisieren? Also kann ich eine Sache wirklich in den Griff kriegen? Kann ich eine Sache wirklich, wirklich, wirklich organisieren? Zum Beispiel mich selber, Zeit, die ganzen Unterlagen, mal ein paar Mitarbeiter. Wie, was hast du da beobachtet? Also was mir sehr klar ist, ist, wie du sagst, kann ich mich selbst organisieren, aber was bedeutet das? Das bedeutet, bin ich in der Lage zu sagen, welche Rollen ich eigentlich erfülle und welche Rollen und welche Tätigkeiten sind in meiner Firma gebraucht? Und dann, wenn du das definieren kannst, selbst wenn es ist, okay, ich bin alleine, aber ich weiß jetzt in diesem Moment, bin ich dabei, bin ich Verkäufer oder ich bin Einkäufer oder ich bin Marketingmensch oder ich bin, was auch immer es gerade ist, bin ich in der Lage, einem guten Ablauf zu folgen? Und dann kommt natürlich der Punkt, dass du jemanden einstellen musst. So, das ist dann die nächste schreckliche Hürde, dass du dann auf einmal nicht nur dich selbst hast, wo man ein bisschen schummeln kann, von was mache ich gerade, sondern hast du auf einmal einen anderen Menschen, der da sitzt und du musst gucken, was teile ich dem zu? Ja. Und zwar, was ist das Wichtigste für meine Firma? Nicht, was kann der? Kann der gut Kaffee kochen? Dann habe ich mir jetzt einen professionellen Kaffeekocher eingestellt, der mich viel Geld kostet und dann viel Kaffee kocht. Das ist wahrscheinlich nicht das Wichtigste, was du gerade brauchst, sondern was, welche Rolle brauche ich in meiner Firma? Bin ich in der Lage, das zu definieren? Und diesen Schritt, was ich sehe, ist, dass viele sehr wohl in der Lage wären, das zu definieren, sich aber nicht trauen. Also auch hier wieder warten. Ja, genau. Okay. Das heißt also, warten macht keinen Sinn, sondern tun ist das Stichwort. Tun, in die Production kommen, wie wir ja sagen, also Ergebnisse produzieren und vor allen Dingen sich nicht aufhalten an unnützem Lärm, unnützigen Noise, wie wir so schön sagen, weil es hat tatsächlich Lärm. Und es ist auch häufig Alibi-Funktion für das, um was es wirklich geht. In diesem Sinne, das ist der erste Teil sozusagen von Laura und Heinz. In der Zukunft machen wir genau da weiter mit unserem Evolution Podcast. Themen rund um den Immobilienmakler, rund um Unternehmertum, rund um Mindset, rund um alles im Prinzip letztendlich. Und wir wünschen euch viel Spaß bei der nächsten.